Ich denke mal, dass es jetzt rein vom Klima her so sein wird, dass wir doch vielleicht eher den zunächst mal etwas weniger intensiven, etwas weiter hinten nach hinten verlagernden Fußballspiel, der schon auch ein bisschen was mit Ballbesitz, Tiki Taka zu tun hat und das würde auch wiederum dafür sprechen, dass eben vorne vielleicht wir tatsächlich eher mit zwei falschen oder mit einer falschen neuen spielen und eher mit offensiven Mittelfeldspielern auch ganz vorne spielen.